Was kostet eine Fahrt mit einem Formelwagen? Das kommt natürlich ganz auf das Fahrzeug und die Strecke an. Am Nürburgring geht es mit einem ca. 200 PS starken und nur knapp 550 kg schweren Formel 4 Boliden bei ungefähr 400 Euro los. Wollt ihr aber mit einem 500 PS starken Formel Renault 3.5 Fahrzeug fahren, ist das schon deutlich teurer. Möglich ist das auf dem Red Bull Ring, wo dieses Wochenende auch die Formel 1 startet. Ab knapp 6000 Euro könnt ihr zweimal 5 Runden im Formel 4 Boliden und anschließend nochmal 5 Runden im 500 PS Renner drehen. Oder wollt ihr lieber von einem professionellen Fahrer in einem Formel Doppelsitzer um die Rennstrecke geschleudert werden? Dann geht das hier ab knapp 600 Euro. Also da hätte ich auch mal Bock drauf. Markiert mal alle Jochen Schweiz seine Kommentare. Wollt ihr auch mal in einem Formelwagen fahren?